Hoch-Runter-F-Auswählen? What? Okay, what the fuck is this nice? Mach ich das richtig? Ich glaube schon, ne? Ich glaube schon, ne? Ist das nice! Stage complete! Sehr cool! Ich glaube das Game haben sie auch beim neuen Update Ring hinzugefügt. Am Anfang gab es ja gar nix. Und dann gab es plötzlich, gab es plötzlich, ähm, das mit Plötze. Hat auch was Null-Gas, Null-Gas-D-Shirts, also Null-Gas-D-Mäßiges. Null-Gas-D-Mäßiges. Null! 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 Holy moly. Es ist auch ziemlich schwierig, finde ich. Stage complete. Ich weiß zwar nicht, was diese ganzen Dinge da bedeuten, aber okay. Kommt man was irgendwie am Schluss oder so und wie viele Stages es gibt? Holy shit. Shit. What the fuck? Shit. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Fuck. 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 Alter, ist das schwierig. Shit. Alter, ist das schwierig. Ich bin gerade ein bisschen ruhiger. 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 Das Game ist nice irgendwie. Hat was. Shit. 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 was kommt denn hier alles jonge jonge He? Muss man irgendwie eine bestimmte Punktzahl erreichen oder wie ist das? Das ist ein Punkt. Shit. Shit. Alter, vielleicht muss man 100.000 erreichen oder so, aber das wird mega schwierig. Ja, 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 ja. Jungen! Niemals! 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 50.000 Punkte und trotzdem komme ich da nirgendwo hin. Niemals! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Fuck! Stage complete! Junge! Junge! So, ich weiß, ich bin ein bisschen ruhig, aber ich versuche das Ganze irgendwie zu schaffen. Ich glaube, man muss hunderttausend Punkte machen. Shit! Ich bin ein bisschen ruhig, aber ich weiß, ich bin ein bisschen ruhig. Shit, komm schon! Ich bin ein bisschen ruhig angekommen. Ich bin ein bisschen ruhig, aber ich bin ein bisschen ruhig, ich bin ein bisschen ruhig. Alter! Diese Scheiss! Dinger immer! 66.000! Das wird nichts bei 100.000 Punkten! Hach! Nee, nicht schon wieder so einen! Fuuuck! 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 Die Punkte werden immer weniger! Fuuuck! 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 Endlich! Junge, das geht mega lange! Fuuuck! Fuuuck! Ich werde jetzt wahrscheinlich nie schaffen! Fuuuck! 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 Das war's für heute. Was war denn das jetzt bitte? Ah, fuck you! Hey, come on! Immer wieder auf 50.000 Runden. Okay. 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 Hey, fuck you! Hey! Kann ja nicht sein. Okay. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, jetzt aber Stage Complete. Junge, Junge, ich bin voll am Schwitzen. Das Game ist nicht mal eigentlich so schwierig. Wenn man ja, glaube ich, fast gar nicht sterben kann wirklich. Ich bin voll am Schwitzen. Okay. Ich glaube, ich habe dann ein bisschen was gefunden. Wie man da ein bisschen was fahren kann. Ich bin voll am Schwitzen. Ich bin voll am Schwitzen. Stage Complete. Okay. 100.000 jetzt dann gleich. Ich glaube, ich habe es vielleicht. Möglicherweise. Wenn es wirklich 100.000 Punkte sind, gehen wir davon aus. Ich bin voll am Schwitzen. Ich bin voll am Schwitzen. Ich bin voll am Schwitzen. Ja. Okay. Okay, wahrscheinlich doch nicht 100.000. Shit, Kante runtergefahren. Ich frag mich wirklich, wie lange muss ich das denn noch spielen? Wieso fahre ich eigentlich manchmal einfach rum, ohne irgendwie einen Grund zu haben? Ich frag mich, wie lange muss ich das denn noch spielen? Fuck it. Achso, wahrscheinlich ist es zu hoch. Ich frag mich, wie lange muss ich das denn noch spielen? Shit. Fuck. Ich google jetzt dann gleich mal, wie lange man das machen muss. Ich bin da schon sehr lange dran. Ich schau mal kurz nach. Ich schau mal kurz nach. Okay. You will need to beat the highscore of 443.000 points. Ja, genau. So, sorry. Das wird nicht passieren. Okay. Ja. Okay. Oh. Okay. Das war's für heute. Okay Oh ja genau jetzt komm schon ja 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 würde sagen das war's für diese Folge ja 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 Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai. We have a city to burn. Bis zum nächsten Mal.